Unsere Öffnungszeiten sind 11 bis 20 Uhr. Für eine Terminvereinbarung und zur Besprechung kommt ihr am besten zu unseren offiziellen Besprechungszeiten. Die sind jeweils Dienstag und Donnerstag von 11 bis 12 und von 19 bis 20 Uhr. Falls ihr eine längere Anreise habt und deshalb die Besprechungszeit nicht wahrnehmen könnt, könnt ihr auch gerne unser Kontaktformular auf unserer Homepage nutzen. Bitte gerne auch Terminvorschläge und Bildwünsche, Bildmotive anhängen. Anbezahlte Termine, wenn die fix ausgemacht sind, werden die Motive vorbereitet und der Rest dann vor Ort besprochen. Bei Fragen könnt ihr uns auch gerne anrufen bei uns im Studio. Die Homepage zeigt euch unsere Telefonnummer.